Die Space Bulls sind mit den Raketen, unterwegs zu den Planeten. Sie treffen einen Astronaut und der ist sehr viel Sauerkraut. Im Raumschiff fällt der Schererkraut sehr, darum fliegt der Obsthaft hin und her. Die Space Bulls sind mit den Raketen, unterwegs zu den Planeten. Sie fliegen leise durch das All, so plötzlich hören sie einen Knall. Sie sehen weit und breit kein Licht, der Leben ist nicht, ist er nicht. Die Space Bulls sind mit den Raketen, unterwegs zu den Planeten. Sie sehen eine Sternschule und wünschen sich zum Schorneluppe. Am Ende landen sie am Mars und haben dort alles viel Spaß. Au!